Willst du von den grossen Wiener denn nehmen, wenn ich die Büchse auftriege noch mit dem? Wir machen das und dann hören wir auf. Ja, ich auch. Ich stehe mich auch kaputt. Wir wollen unseren Hunden, dass wir nicht versauen. Ich muss jetzt nur noch mit der Beatrice, da habe ich keine Rückmeldung bekommen, sonst habe ich alles. Kommt, da, da, da. Jetzt sagen wir mal, wir können es ja nachholen. Weiterlaufen, solange er frisst. Weiterlaufen, er soll sich selbst einordnen. Schmeiß, klick, schmeiß. Guck mal nach vorne, klick. Man sieht doch eigentlich, wenn der Hund auf dem Knie erscheint. Ja.